ARD Text im Auftrag von Funk Alter... Das habe ich noch nie so gut hinbekommen. Echt noch nie... Oh Gott! Geil! Ich liebe es ja, wie viel Detail hier in den Spiegel eingesteckt wurde. Oh Gott! So... It's hammering time! Start hammer time! Oh Gott, Taischer! Vorsicht! I can shoot if I have to! Tell me if I'm needed! Shit! Dude, we can't take it anymore! It's cold! We can't cross the other side, right? No cops in the area. I think we got a chance. Gut. Alright, we got a window. Let's stop at the end of the river. Hit the bikes in the truck. Und hier wurde ja auch Fear the Walking Dead gedreht. Also... In Los Angeles. Ja, come on! Get in! Zumindest in der nachgestellten Stadt. Keine Ahnung. Ich habe eine Sache nicht verstanden. Wie ist der eine Zombie, ich habe den Namen vergessen vor dem Typen, hinter die gelangt, ohne dass die das bemerkt haben? Fragen um Fragen. Aber... Ist ja auch egal. Ich fand die ersten Folgen richtig geil. Ich glaube, heute ist der 13. und ich glaube, das war morgen. Ist dann halt... Ah. Deutschland Premiere. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher. Also... Zumindest bei Amazon Prime. Instant Video. Ja. Oh, Mann. Wir sind wieder in action. Ich weiß nicht, ob du Geld hast jetzt. Du verstehst du das? Das ist nicht das, was ich wollte. Nicht dann. Nicht jetzt. Nicht immer. Ich weiß, es ist nicht wichtig. Lass mich dich irgendwo schön, okay? Wo bist du? Bist du in einem Strip Club? Bist du auf. Bist du auf den einfachen Weg. Tanisha, ich muss gehen. Okay? Nein. Ich werde mich ändern. Ich versuchte. Du wirst mich nicht mehr erkennen. So. Neuer Kontakt. Lester. Jawoll. So. Geil. Das wäre erledigt. So. Und dann können wir jetzt mit Franklin zu Michael. Das werden wir auch mal eben erledigen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich noch ein bisschen aussprechen müssen, was jetzt das alles angeht. Was? Okay. Jauuu. Ähm. Okay. An sich könnten wir jetzt ja auch mal Waffen kaufen. Boah. Arschloch. Hm. Dann. 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 Versprochen wird dir nix. Also jetzt wegen Waffen kaufen. Ich sag sowieso die meiste Zeit einfach nur Sachen, die ich nicht so meine. Boah. Hö die shit. So. Michael. Michael. Hallöchen. Ich bin's, der Franklin. Irgendwie hab ich Lust auf nen Wrap. Michael. Oh, hey, there you are. Was cracking. So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking ain't right we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. Oops, he knows a guy. Get his 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew. Cheers. So, that's dead, right? I hope so. The whole job. Everything about it. Anyone who knows your file. What is wrong with you? Davey. Long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. Don't worry about Trevor. Trevor's dead. Gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Nothing. Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of jails, precious stones, and fake brains. Albert's story had a lucky escape when the thieves ran straight into it. Yeah, I was just doing my job, and I said to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. Look at this other guy running out of the shop, pushes me over, and says something like, you forget thousands of things every day. We'll make sure this is one of them. That's pretty scary. Back to you in the studio. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you want a smoke cup now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor! You been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. The crystal has got us, babe, but the don't make it right. Don't make nothing right. Not what you're done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor! I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy. All right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a method, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. It's just a mess. I know. I'm messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug. Yeah, shh. Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? Fuck. Johnny! Next time, don't get in my fucking face. I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap. Get up. Get up! Fuck you, then. Johnny! Der arme Johnny. Wer GTA länger spielt, der weiß, dass es aus GTA 4 ist. Vielleicht sogar noch er. Ich weiß es nicht. Ich habe GTA bei mir, ehrlich gesagt, bei San Andreas erst erkannt. Und White City teilweise. Ja, White City. Schon. Go on. I don't know. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? Uh... My cousin's there. But... I don't... Find him! Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny and the desert, and then wipe down that bitch Ashley he was in, then they don't eat the back out of a bucket. Oh nein, er hat ja wirklich 500. Oh nie, oh nie. Zoo. Oh, wow, wow, wow. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy. Ihr mindet, dass ich deine alte Frau verletzt habe? Entschuldigung, was war das? Nein, nein, du wirst nicht? Oh, weil du bist ein totes Mann? Und die einzige Partei der Sente ist das kleine Blut? Und die Gristel am Ende meiner Brut? Vielen Dank, Cowboy! Bullshit! Oh, ich mag es, Denial! Das ist die erste Teil des Verzweigungsproßes. Brothers, jetzt lasst uns alle die Hand, hm? Oh, sieht man, du hast etwas, was du sagst, hm? Du hast etwas, was du sagst? Dann fangen wir den mal. So, die Biker können wir ausschalten, aber halt nicht den Van. Oh, scheiße. Ja, Mission verkackt. Mission vergeigt, weil der braucht jetzt wieder Stunden. Okay. Oh nein, Alter, nicht schon wieder. Steh auf! Ja. Oh, man, der Trevor. Der Trevor. nicht während ich dass der weight wieder raus fliegt so ja